Herzlich Willkommen bei Landschaft Simulator Art 19 und ich spiele mit den Eiffelturm-Leuten Ja, Taylor, Yanni, Gary und Benjamin. Benjamin kommt gerade im Stream zu bei Taylor und ja, ich würde sagen, lass mal starten und... Jo, alles geht's. Haben wir eigentlich schon Felder oder müssen wir die auch kaufen? Ich glaube, wir müssen alles kaufen. Der ganze Bauern-Töbel jetzt hier ab in die Stadt. Moment, Moment. Auf Escape kann man sich die Karte zum Beispiel angucken. Benjamin, du kannst ja schon mal ein Traktor kaufen. Fahrzeug über sich. Du hast ja wahrscheinlich mehr Ahnung von uns als das. Okay, äh... Können wir uns doch alle eine holen, oder? Keine. Ich hätte gerne Kuh. Kriegen wir das irgendwie gedeichselt? Komm, wir holen jetzt mal Traktor. Traktor. Ich weiß nicht, was ist einfacher, Tiere oder äh... Traktor. Betreide. Ben, was machst du? Ich werde für 200.000 neue Fahrzeuge gekauft hier. Du springt. Mach Bunnyhops. Pass auf, erstmal... Das ist nicht so gut. Da Tiere geht, Betreide geht natürlich auch, Landwirtschaft. Wow! Wow! Okay, du und Benjamin haben wahrscheinlich die größte Erfahrung. Brauchen wir nur einen Traktor, oder wären zwei am Anfang gut? Brauche ich nicht. Ich finde, jeder braucht einen. Oh! Alter! Wow, Benjamin! Wie so ein Wilder hier! Let's go! Können jeder einen Traktor nehmen, oder halt... Wir haben noch genug, oder nicht? Wir haben noch eine Million. Und der eine Traktor hat gerade 200.000 gekostet. Äh, wie geht man hier nochmal rein? Auf R? Wir müssen aber noch... Wir brauchen... Jetzt müssen wir nicht irgendwie... Brauchen wir mal ein Haus, oder sowas? Sekunde, Sekunde. Auf P könnt ihr die Schnellauswahl zum Shop machen. Ah! Ah, ja, sehr gut. So. Farbenhaus? Ein Gebäude muss nicht unbedingt sein. Da könnt ihr einfach nur drinnen übernachten. Dann geht die Nacht schneller rum. Okay. Ja, und danach kommen die Zombies, oder? Nein, wir stimmen hier nicht Star-New-Valley. Äh, ich würde auch gern ein Fahrzeug hier. Wo kaufen wir denn Felder? Also wir haben ja wahrscheinlich keins, oder? Äh, bei Felder kauft man auf, äh, Sekunde. Dann müsst ihr auf Escape und dann auf die Weltkarte drauf. Kann ich bei dir mit einsteigen, oder? Ja, da müsst ihr doch gehen, oder nicht? Und dann geht ihr auf X. Echt nicht? Und dann könnt ihr euch Parzellen... Dann könnt ihr ein Spranghurtchen drauf machen. Wow, nice! Das ist auch mal die zwei Felder 20 und 19, die sind ja direkt in unserem Hof. Ja, genau. Alter, aber das ist kompliziert, ja. Okay, wir sind relativ teuer, aber wir haben schon mal zwei Felder. Okay. Äh, Gary, kann man mit ins Auto steigen, oder kann nur einer fahren? Äh, es kann immer nur einer fahren. Äh, ist ja gut. Nein, kann man mit ins Auto steigen. Schade. Nee, kann man auch nicht. Es passt leider immer nur einer rein. Okay, Benjamin sagt, wir müssen kein Haus kaufen, wir haben aber... Machen wir nicht. Äh, es würde sie empfehlen, dass wir... Ja, nee, ja. Ein kleines Getreidesilo für 110.000. Ich neuer Bauer, du alter Bauer. Das mit einsteigen ist ne Modsack drin. Gut, ihr habt zwei... Okay, wir haben jetzt zwei Pickups und einen Traktor, alles gut. Ist das mal gut, Michael, Alter, nicht lenken, wo hier noch? Warte, wo müssen wir denn hin, überhaupt? Weil jetzt ist mal kein System raus. Ihr könnt ja ruhig ne Aufgabe machen, ihr könnt ja zum Hafen Süd fahren. Ach, die Ani ist bei mir in... Wo ist in der Hafen Süd? Gabi, Gabi! Nee, Entschuldigung, war ich halt nicht, was? Gabi! Es gibt ne Aufgabe für 2.000, da könnt ihr von Hafen Süd nach Trankstein notieren. Wenn ich gut bin, oder? Benjamin kauft jetzt ein Mähding. Ein Mähwerk? Benjamin möchte gern mitreden. Sollen wir ihn ausnahmsweise auf dem Discord-Server holen? Ja, mal auf, mal auf. Das leckt bei mir. Oh, Sekunde. Ja, die wollen wir sonst zum Südhafen, ich hab mir noch keine Ahnung, wo er ist. Benjamin, dann schreib mir mal in Twitch oder hier einfach mal dein... Ja, die Wurst im Südhafen? Wollen wir mal zum Südhafen? Sekunde, ich schaffe. Ja, weiß man, wo der ist? Äh, nee. Äh, warte mal. Ist das wie ein Huber, Alter? Ah, ich hab ihn gefunden. Ja, ich hab ihn gefunden. Ja, ich fahr den hinterher. Ja. Ich glaub, es ist ein Kartebegriff. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, hier, mein Name, Benjamin. Okay, ich komme. Nee, 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 nee. Äh, Janni, kann ich einfach Leute einladen? Geht das? Äh, muss man probieren, wenn ich schicke ich dir den einladen. Oh, du fährst schon falsch, hier. Mann, 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 Mann. Nee, ich fahr doch richtig. Stehen geblieben. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Und was du denn, Alter? Ich muss jetzt mal auf 30er PSG reden. Wir nehmen Ihnen keine Schimpfwörter oder Rumgestinker, sonst nehmen wir uns die Freiheit auszuwerfen. Und herauszufinden, wo du wohnst. Ja, aber das muss ich auch noch sagen. Oh, nein. Hammer. Okay, ich glaube, jetzt. Ich habe keine Rolle gemacht. Ja, ich bin leider nicht drauf, kann ich. Ach, lief wahrscheinlich auch vielleicht daran, dass ich noch nebenbei Rände will. Ah, okay. Ja, das ist dumm. Wollt ihr schneller? Nein, 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 nein. Wir wollen zum Südhafen. Alles gut, wir sind beim Südhafen. Äh, wo müssen wir denn hier hin? Kleiner Reminder, wenn ihr die Fahrzeuge versenkt, die sind weg, ne? Ja, ja, ich weiß. Die kann man nicht wiederholen. Oder, wenn, dann sind wir im echten Leben hier. Ich glaube, du musst mal den Link schicken, dass ich den nicht schicken kann. Boah, ja. Die Lenkung ist echt gewinnungsbedürftig. Äh, wenn du die Lenkung umstellen willst, ähm, Lenk-Rückstellgeschwindigkeit kannst du erhöhen. Ja. Ja, die ist schon auf 100%. Die Lenkung ist ja alles. Kannst du bei dem Computer mit dem Zahnrad, wenn du auf Escape drückst, oben. Da ist ein Computer mit dem Zahnrad. Und wo steht denn das mit den Aufgaben überhaupt? Da ist Lenkgeschwindigkeit. Ja, oder? In der Mitte. So ziemlich in der Mitte, Lenkgeschwindigkeit. Das sind so ein paar Zettel. Lenkgeschwindigkeit. Ja. Das kannst du auf 200% stellen, weil mit der Satu... Hermin, ich schick's dir gleich. Ah, Vertrag. Achso, ja, warte ich besser. Schick dir den Link. Äh, Leute einladen. Oh ja, schon viel besser. Viel besser. Ich muss ihm den Link schicken. Okay. Vertrag akzeptieren. Ich transportiere den Gegenstand von den Hafen Süd nach Tankstelle. Aktiv. Oh, Benni hat sogar einen Traktor als Bild. Er ist Hardcore-Farmer, der hier war. Hey, oh, ein Drink-Race-Founder, oder was? Super, Benni ist da. Hi. Oh, Benni. Hallo. Oh, was bremst du denn? Was bremst du denn? Ich muss doch erst mal gucken, wo es lang geht, du. Das ist der Wunderlich nicht. Das können sehr, äh, sehr wild werden. Anstrengende Leute. Äh, sagen wir machen, dass wir mehr Geld haben? Äh, würden wir aufnehmen, oder wie? Ne, man kann auch einfach mehr Hilfe machen, dann das Geld überweisen. Na, wollen wir schieben oder nicht? Ah, grüß. Nein. Sag ich, an dem Anfang ist es praktisch eigentlich. Ja, wir wollten das eigentlich mal... Äh, ach, Ravie! Wir wollten das Spiel jetzt nicht schließen. Du, Laris. Du kannst ja ein Meer holen. Du hast davon auf jeden Fall mehr Ahnung als wir. Warte, hier vorne ist das irgendwo. Ach so. Okay. Okay, darf ich mir welch ein... Ah, hier, warte, das heißt. 30.000, hinter das, 42.000 kaufen. Müssen wir das jetzt so aufladen? Ja, mach ruhig, mach ruhig. Alles gut. Ja, guck mal hier, Objekt zu schwer. Ja, dann brauchen wir einen Gabelstapler. Oh, schick. Ja, wir brauchen wirklich einen Gabelstapler. Wie bekommen wir jetzt einen... Ah, okay. Hier ist Edmund, alles klar. Kann irgendwer mit dem Gabelstapler zum Hafen kommen? Haben wir vielleicht einen hier? Was habt ihr jetzt gemacht? Nicht Gabelstapler. Warte, ich kaufe euch. Ich miete euch mal was. Man kann auch mieten. Ja, wir brauchen irgendwas, um diese Dinger hier aufzuheben. Ja, ja, ja. Kannst du nicht bei uns spawnen, oder wie? Nein, was am schnellsten ist. Warte mal, ich dreh schon mal. Äh, dann... Jungs, die Anni ist gerade da. Die was? Wir müssen das nachher wieder zurückgeben. Schatz kostet es uns verdammt viel. Dann nehme ich die mal mit und helfe den beiden. Die Anni ist gerade da. Die ist so verführt, mit dem Discord reinzukommen. Ja, dann mach das doch. Du, das ist doch... Nein, hallo? Oh, wo bin ich denn hier? Ja, was ist das denn ein Problem hier? Nein, ich habe kein Problem. Äh, du musst doch das vorne anhängen. Ich habe dir noch mal was gekauft. Teller, Teller. Ich dachte, der wäre zusammengebaut. Ah, guck mal, ich kann man nicht dann machen. Muss ich gar nicht. Ja. Da hast du aber einen großen Gabelstabler genommen. So. Das ist ein Radlader. Ja. Teller, hier. Kann ich jetzt den hier aufmachen? Sorry, ich habe nicht gesehen, wie rum der steht. Das Ding in hier. Hallo, hallo. Ja, aber jetzt stehen wir beide hier. Also, ich muss auch mal wenden. Also, bei dir wird das auf jeden Fall rauspassen, oder? Also, bei mir wird es schwer. Das ist auch nicht mehr so ruhig. Ja, doch. Eins kriegen wir da drauf. Und dann können wir Spanngurt machen hier. Schön. So. Ein Spanngurt. I'm all for the Spanngurt. Ja. Kannst du mir auch nochmal Enten oder hier Farmmanager-Rechte geben? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Du, äh, treibst uns in den Ruin bestimmen. Ja, natürlich. Man kann nicht jetzt auch kicken oder wieder Farmmanager-Stahl entfernen. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, 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 alles gut. Ich bin schon mal von meinem Dach unter, das Auto ist gemietet. Ja. Danny, häng ich an. Du musst es haben ja Ballen machen oder Silasche. Du stehst falsch rum und mit Kuh. Ich steh auf der falschen Seite? Scheiße. Ja, nee, lass es uns. Ballen oder Silasche. Auf der Rückbank. Ja, ich schneid dich hier fest. Ja, ha, ha, ha. Du musst es kurz wissen. Fuck, wie kriegst du hier weg? Benjamin, du hast auch Entscheidungsgewalt. Du musst dich alles fragen. Also, wenn du denkst, Ballen sind besser, dann kannst du die auch nicht. Ich hab mir bestellt, nee, ich guck einfach mal. Du bist einfach reich. Dafür haben wir dich angestellt. Dass sie gucken, was er meint. Hallo, hört sich immer gut an, ey. Sir, hallo. Steh mich schon mal richtig hin hier. Okay, ähm. Anni, ich hab keine Ahnung, wie alt der Benni ist. Benni, wer alt bist du? 14. Okay, Anni, halt dich zurück. Das ist nicht legal. Ja. Ah, hier ist ein Auto. Kann ich das klaren? Das ist nicht... Ja, ich brauch krass. Mach mal Silage, das macht auch am meisten Spaß. Oh, Anni, wir haben ein Problem. Das ist Video überwacht hier. Oh, Anni sagt schon, perfektes Alter. Was wird das? Hier ist Video überwacht. Ich glaub, wir... Soll ich hier nicht sein. So. Oh, ja, das leckt. Oh, ja, das leckt fertig. Kann ich hier rein oder so? Nee, schade. Oh, ist fast so. Kann ich überhaupt mal da, vielleicht? Ja, ich hab mir einen Trecker mit Frontlader geholt. Boah, genau. Wir sollen ja keine Fahrzeuge mehr kaufen, glaub ich. Aber einen brauchen wir so. Oh, ja. Ernsthaft? Also, das ist ja nicht der beste Kauf. Sagen wir mal so. Wieso? 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 Die hole ich immer zum Anfang. Echt? Ja. Ist hier nicht hoch? Mit wie viel Verachtung er das gerade gesagt hat. Ich kaufe mir immer einen Chase, die Bier am Anfang. Hey, komm hier nicht weiter hoch? Oh, ein bisschen lame. Oh, keine Bange. Ja, hey, tati. Einlänger brauchen wir. Wann mal, vielleicht können wir hier so. Seit wann habt ihr Alice 19 eigentlich? Oh. Seitdem es kostenlos ist. Ich bin schon seitdem El war dabei. Ich bin seit dem 15er dabei. So, Taylor, wo bist du? Aber hab da 15er jetzt auch ewig gezockt. Deswegen hab ich erfahren. Komm, bei dir ist das etwas langsam. Erdfahrung, natürlich. Taylor lädt jetzt auf hier für uns. Dauer noch ein bisschen, Entschuldigung, ne? Na, kommt der da nicht. Was ladet ihr eigentlich auf? Irgendwie Paletten mit, irgendwas drauf. Drogen, glaube ich. Drogen, vor allem nicht. Ja, was ist denn da drin? Das sind Plastikbecher. Nee, Flaschen oder sowas. Ist das Milch? Nee, nee, warte. Schalt mal Kids aus, ich will wissen, was drin ist. Ist das Milch oder was? Schalt mal bitte Kids aus. Taylor, mal machst du da. Das Ding ist scheiße zu lenken. Ich hab doch das gerade... Oh, was ist das? Oh, du die Dinger da. Äh, ich fahr'n wir. Ja, weil wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorfahren, ne? Sonst, äh... Wir hätten einen Anhänger kaufen müssen noch. Den hab' ich. Geh' das nicht hier rauf, einfach so? Weil ich schlau bin, das werden wir ja gleich herausfinden. Taylor. Aber ich glaub' du musst... Äh, geh' mal auf Escape. Oh. Ja. Bildschirm mit Zahnrädchen. Bildschirm mit Zahnrädchen? Ja. Ja, das sind die Optionen. Ein bisschen weiter nach rechts. Warte, ich rede kurz mit Gary. Da hast du? Lenkrückstellgeschwindigkeit und Lenkgeschwindigkeit. Mach die mal auf. Ja, der wird da drin sitzen. 150 bis 200 Prozent, da hast du dann gute... Warte, wie heißt das Lenk? Gary? Ja, ist völlig über die da drin. Gary. Ja. Das halte ich dir an Ladewagen holen. Ja, Gary, das sag' ich dir schon die ganze Zeit. So Lenkrückstellgeschwindigkeit 100, halt. Lenkrückstellgeschwindigkeit 100, halt. Lenkrückstellgeschwindigkeit 100, die gerne auch nicht höher. Es sag' ich dir ein Kaufe. Lenkgeschwindigkeit 150. New Holland Longreach. Wege zur G. Genau. So 150 bis 400. Ja, sehr schön. Alles gut. Äh, wie, wie hebig? Du musstest kracht haben zur BGA hochbringen. Okay. Ah, ein bisschen nicht absichert. Ja. Ah, da, Siloisch. Äh, das hier Rückwerk ist, kannst du entweder rechterhausen, also linke oder rechte Maustaste? Oh, warte, 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 warte. Sehr schön, ne? Ja, ja, ja. Oh, jetzt runter mit der... Nee, weiter vor, ein bisschen weiter vor. Wir sind weiter vor. Ja, warte, 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 warte. Ja. Oh, ein Stück weiter vor. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt, jetzt. Jetzt, runter damit. Sekunde, ich hole mir noch eine Ladewagen. Oh, was wird fertig sein? Okay. Ich will mal kurz reисeln. Anhänger steht irgendwo, ne? Das ist so noch besser drunter. Alles klar. Woa. Äh, wollt yet, brauchtactoryen Anhänger fürs Auto? Ja, ich bin gerade auch nicht wieder nach Hause. Ja, ich glaube, ich wollte jetzt einen abholen. Äh, da haben wir, glaube ich, noch gar keinen. Doch, der hat doch einen hingestellt, oder? Ja, nur einen für Traktor. Scheider für Traktor. Ja, für eine Hupe. Es muss auch einen für Pickups geben. Ja, ja, ich gucke gerade. Müsste aber einen hier geben. Entweder gibt es da einen, oder halt für Mod. Ne, ich meine... Das ist, glaube ich, Mod gewesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das Auto gibt. Weil der Pickup hat doch einen Anhängerkupplung. Das wäre doch so sinnlos. Außer ihr holt Kürzen. Außer ihr nehmt nochmal einen Traktor. Auto verkaufen und Traktor. Aber Auto ist eh stimmt, was wir kaufen hätten können. Warte. Das wird mein Real-Life-RP spielen. So, wie gebe ich das denn zurück? Dann hole ich mal einen Traktor. Ja, warte. Soll ich... Was soll ich verkaufen? Das Auto. Jo. Dann stellen wir mal was hin, damit ich den Anhänger dahin... Ah, ihr müsst den aufbauen. Holy moly, ey. Ja, ich bin aufgestiegen. Ey, guck mal, wir haben das da vorne gedreht. Und bei mich jetzt auch. Irgendjemand benutzt das grad. Dann muss das andere Auto nehmen. Das andere Auto ist in Benutzung. Äh... Wie ich sitze in dem anderen Auto. Ja, dann auch steigens. Ne. Wegen Anhänger, aber ruhig den überhaupt. Sehr gut. Ja, fast. Ja, sehr gut. Dann start los. Sehr schön. Fahr los, Jani. Ich hoffe, ich dreh mich jetzt nicht auf den Weg. Ne, das ist doch safe da hinten. Das seh ich doch. Vielleicht geht das auch, wenn ich den LKW nehme? Ich hoffe, die Polizei holt dich nicht ein. Oh, Yoga ist aber überhaupt nicht safe da hinten. Bei mir ist gar nichts mehr drauf. So, jetzt nicht zu schnell fahren hier. Nicht, dass die Ladung weg fliegt. Ich versuche schon mal den nächsten aufzublicken. Nein, kein Unfall. Sekunde, ich komm gleich. Wendy und Gary machen die Farm schon mal ready. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, musst du das da auch so abladen? Weil dann haben wir ein Problem. Wir machen das, wir Geld verdienen. Jo, das ist sehr gut. Dann sind wir die weg gleich arm. Gravi, Vorsicht, 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 bitte nicht. Nein! Sag mir nicht, die Milch ist runtergefallen. Was machst du bitte? Milch ist runtergefallen. Sag mal. Leute, könnt ihr auch mal vernünftig spielen? Was hast du erwartet, Gary? Gravi ist mir von Teil in die Fresse gefallen. Die Milch ist nicht entgegengeflogen. Okay. Gravi, wieso? Warum hat er ja? Sag ich, desto schneller, das geht, desto... Nein! Shit, ey! Leider hab ich noch keinen. Ja, brauchst du nicht. Warum kommst du dann hier zurück? Ein Hänger ist überbewertet. Aber das hat auch geklappt. Ob der da mit dem LKW? Ne, das ist ein... LKW nicht kaufen. Nicht kaufen. Nicht... Das stimmt, weil... Das ist richtig teuer. Das braucht man erst, wenn man... Ja, moin. Weil ich... Bin wieder da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja... Warum habt ihr euch Pickups gekauft? Weil sie da waren. Wollt von A nach B kommen. Weil die gedacht haben, ja Kohle ist da. Ja, sehr schön. Oh, er war gut. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Ne, Gravi mach keine Scheiße jetzt. Ne, 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 ne. Ich will eine da hin... Ja! 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 Gut, ich äh... Warte mal, ne? Ja, Vorsicht! Ja. Okay, ich warte auf dich. Soll ich dich von der Seite ein bisschen ran, dass das so fällt? Ne, ich warte mal auf dich. Kann ich das vielleicht so machen? Ja, ich fahr ein bisschen sehr an der Auswand. Warte. Ne, ich kann es leider nicht. Ich weiß es. Ja! Ja! Es wird aber schwierig den wieder runter zu kriegen. Ja, das ist nicht das Ding. Da fahr ich einmal doller gegen dich, dann ist das Ding. Warte, du brauchst ein bisschen mehr andere. Ja, warte. So. Ja. Ja, warte. Warte. Knapp. Das liegt schon mal sicher dran. Mach du erstmal. Mach du erstmal. Warte hier. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ohne Anhänger. Transportaufträge? Ja, doch gut funktioniert bisher. Ja, das ist der erste Auftrag. Ja, das ist der erste Auftrag gerade. Hey. Also später gibt es auch Aufträge für 20.000 und wenn man dann richtig weit ist auch für 100.000 glauben. Ja. Aber das sind dann so die größten Felder Trashen. Woher kommen die Stimmen denn für... Was liegt aber safe bei denen drin, da kann ja gar nichts passieren. Dann fahr los, glaube ich. Nee. Ich warte noch, ja nie. Ja. Ja. Nebenbei, es gibt auch so eine Mod, womit du alles so ein bisschen automatisieren kannst. Kann man nicht Helfer anstellen? Die sind fast wie beim Minecraft-Taylor. Die sind im LS 19 nicht so gut, Helfer. Ja. Die gehen wohl, aber die kosten leider auch viel. Aber... Wiggle ab. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Das ist das gleiche Problem, aber... Und abschütteln. Die sind so gut wie beim 15er. Wiggle, Taylor, wiggle. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh ja, sehr gut. Hm? Wenn das auch bei Gravi draufwirft. Ja. Die haben den verbessert. Was? Der konnte nichts verstanden. Ja, gleich bin ich für Sieg. Oh Mann ey. Die haben damals gesagt, die hätten den ein bisschen verbessert. Ja, nie. Deine Aufhängung, die leidet aber, du. Weiß nicht? Nee. Ja, das Ding klebt. Ja, das sind noch ein kleines Stückchen. Ja, und? Kannst du noch ein bisschen draufschieben? Ja, ich kann es noch ein bisschen gegen schieben. Ja. Oh ja. Ein bisschen weiter unten, glaube ich. Ja, ich setze unten weiter auf. Die Geräte hast du gemietet? Ja, ne? Äh, nur der Radlader. Der, den ich gerade benutze. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Noch ein kleines Stückchen vielleicht? Ja. Ja. Oh ja, perfekt. Ja. Ja. Ja.